Hi ihr Lieben, hier ist Sarah Jane Scott. Also, ich habe für die letzten vier oder fünf Jahren viele Schlager- und Volksmusik gehört. Und da gibt es ein Lieblingslied von mir. Und das Lied ist in einem österreichischen Dialekt. Ein Dialekt, den ich nicht sprechen kann. Aber ich will das Lied singen. So, ich singe das Lied trotzdem und hoffentlich es klingt okay. Wir schauen. Ich singe das Lied für dich und dann fragst du mich. Magst mit dir tanzen gehen? Ich glaube, ich stehe auf dich. Ich singe das Lied für dich und glaube, ich stehe auf dich. Ich singe das Lied für dich und dann singen. Ich habe mich verknallt in die. Ich habe mich verknallt in die.